Jo, hi Leute, hier ist euer Pitbull. Ich wollte mich mal bedanken für die 4000 Abonnenten. Echt krank. Hätte ich echt nie gedacht, dass wir das irgendwann mal schaffen werden. Aber immer dran denken Leute, Abonnenten, das ist immer so eine Zahl. Und die wollen wir nicht. Davon sage ich einfach nur. Ich nenne ja auch nicht jetzt hier Goza mit Zahl 1, Zahl 2 oder so. Einfach nur eine Zahl, Leute. Trotzdem vielen lieben Dank für euer Vertrauen. Für euer Zusammenkommen. Richtig geil. Unsere Community wächst und wächst. Es ist richtig edel. Das mir richtig gut gefällt. Und ich hoffe, ihr werdet trotzdem mir treu bleiben alles drinnen und dran. Auch wenn mal kein Custom-Game kommt oder so. Wenn mal andere Stier-Streams kommen. Vielleicht freuen wir, wenn andere Leute auch mal dabei sind. Und nicht immer bloß bei Custom-Games, Leute. Danke, Vogel. Trotzdem wünsche ich euch einen schönen Tag. Den mache ich jetzt in den Garten. Dann bis später, meine Freunde. Hab euch lieb. Euer Pitbull TV. Tschütschü.